moin freunde was geht ab und willkommen zur sechsten episode der manage to glory ja heute sollte es ja eigentlich die xxl team bewertungen aller teams der kickbase guide liegen geben ich habe mich letzten endes dagegen entschieden ich habe angefangen das video aufzunehmen dachte so nach zehn minuten das ist einfach ja in einer gewissen art und weise unästhetisch ist sich eine halbe stunde lang reinzuziehen mich über irgendwelche teams laber wenn ihr jetzt in die kommentare schreibt ei tobi werden das voll gerne gesehen dann werde ich das noch nachholen aber ich dachte einfach so nach dem sechsten siebten team wird es irgendwie langweilig wenn ich dann wieder sage jo der hat den und den und die und die spieler würde ich nicht empfehlen gehen wir weiter zum nächsten team der den und den die und die spieler würde ich nicht empfehlen irgendwann war es einfach nicht mehr cool zuzuhören wenn ihr da anderer meinung seit freunde ich mache natürlich auch videos auf die ihr lust habt also ab in die kommentare wenn ihr denkt okay tobi muss unbedingt noch so ein team bewertungs video aller kickbase guide liegen teams machen dann welche auf jeden fall noch nachholen dann zuerst folgt mir auf insta folgt mir auf twitter check den fernschuss ab gestern am dienstag kam die vierte episode online eine episode mit hannes zusammen ist eigentlich ganz lustig geworden also glaubt mir es lohnt sich da rein zu hören wenn ihr generell meinen kanal feiert würde ich auch der fernschuss podcast auf spotify gefallen also einfach mal abchecken ja ich denke das war es dann eigentlich auch schon fast zum organisatorischen danke noch jetzt ist mir eingefallen danke noch an 4000 youtube abonnenten ich weiß wir haben sie jetzt schon eine knappe woche ich bin im urlaub gar nicht so richtig dazu gekommen dass auf youtube mit euch zu teilen weil ich ja die videos vorproduziert hatte habe es dann fairerweise am bundesliga rückblick am montag habe ich es vergessen dementsprechend noch mal an der stelle hier vielen vielen dank für 4000 abonnenten auf youtube wir sind mittlerweile schon bei 4300 es geht so ab das ist echt nicht mehr normal also generell einfach danke für den support danke für die 4k abos und auch danke für die 2100 abos auf insta da geht aber noch mehr freundlich meine 4000 abonnenten auf youtube und auch auf youtube wenn ihr die videos hier guckt und ihr habt den kanal nicht abonniert lasst doch mal ein abo da würde mich auf jeden fall sehr freuen ich glaube 50 prozent aller viewer haben noch kein abo auf dem kanal abgeschlossen ist komplett gratis erstellt euch einen youtube account abonniert den kanal würde mich sehr freuen gut jetzt lassen wir es organisatorisch aber wirklich erstmal beiseite klassische manage to glory episode ich werde euch ein bisschen mein team einführen in meine gedanken weil es auch ein bisschen passender ist als das was ich eigentlich vor hatte wie gesagt diese teambewertungen kann man der not auch noch nächste woche machen wenn ihr das unbedingt sehen wollt ja es ist bei mir ist einiges passiert vom wochenende also wir fangen jetzt erst mal an ihr seht mein team ja schon mark flecken in der kiste bin ich immer noch super zufrieden ist für mich immer noch einer der besten günstigen torhüter auch direkt im ersten spiel 104 punkte gemacht die nehme ich auf jeden fall mit der gute widmer finde ich auch sehr solide jetzt geht es gegen fürd ne es gegen bochum dann gegen fürd also die mainz haben auf jeden fall leichte gegner wie gesagt ich ärgere mich ein bisschen dass ich nicht den guten bell behalten habe den hätte ich dann auch gerne statt push als behalten kleiner voice crack ja komm bevor wir jetzt das man erstmal transfers gehen wir kurz auf meine transfers hier eines ist ja ich glaube dass ich das alles aufgelistet habe als ihr das letzte mal zugeguckt habt kriegt wahrscheinlich alles gar nicht mehr rein hier ist noch pichan wang den habt ihr noch mitbekommen push als habe ich im urlaub gekauft für siebeneinhalb millionen das tut so weh freunde das tut so weh ich habe jetzt auch ein bisschen informiert gehabt noch mal ein bisschen mehr zu push als er wird mit sicherheit auf mittel bis langfristig der gesetzte linke verteidiger bei union sein aber weiß nicht er das das tut schon ein bisschen weh wenn du da auf der bank sitzen hast jetzt fällt er immerhin nicht mehr so krass er ist bei viereinhalb millionen wird da ungefähr stagnieren dann geht es wenigstens vom marktwert einigermaßen da muss ich aber auch noch überlegen ob ich den behalten will ob mir das den gamble wert ist ansonsten hier verdammt viel trading 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 wie gesagt hier der letzte tag noch mal den guten bell verkauft das hat extrem weh getan und ja dann vielen vielen dank an matze also grüße gehen raus er hat er hätte jago eh abgeben müssen deswegen habe ich ihn relativ günstig generell gekommen ich habe da ein bisschen durchgerechnet und ja ich habe halt nur die 6,7 millionen ich habe tut er übrigens schon verkauft weil ja sie da jetzt einfach nicht dass der den random noch mal reinschmeißt wenn er sogar ist ein größer tut er sagt glaube ich tut das jetzt erstmal leider außen vor habe ich von matze jago bekommen für 7,2 millionen danke noch mal an der stelle hier ich habe auch gesagt er hat ein trade bei mir gut der ist quasi dann mein tut ersatz ihr seht hier tut da wurde schon verkauft für 6,7 millionen ich meine ich habe insgesamt dann trotzdem zweieinhalb millionen profit gemacht mit dem guten kerl trotzdem ärgert mich weil ich einfach dachte tut da könnte so mein kleiner stil der saison sein dafür ist jago reingekommen ist halt an sich echt kein verkehrter spieler das problem ist augsburg spielte jetzt gegen ja gegen frankfurt leverkusen union also drei spiele in denen ich halt wirklich echt überhaupt gar keine punkte von dem kollegen erwarte und dann ist halt auch nicht die beste instant pusherz habe ich eben schon drüber geredet und da wird es auch am freitag drüber gehen diesen freitag findet leider kein live stream statt ich bin mal wieder unterwegs es tut mir furchtbar leidig würde es gerne jeden freitag machen ich hoffe dann ab dem dritten spieltag wird es wie letztes jahr jeden einzelnen freitag die kick den kickbase guide kabinentalk geben wo ich eure fragen für den spieltag beantworte dieses wochenende wird es wie gesagt leider auch nicht möglich sein ich werde am freitag noch mal ein video hochladen mit den hitzigsten duellen für den spieltag und generelle duelle die ihr treffen müsst für spieltag nummer zwei also eine kleine spieltags vorbereitung ich denke das sollte auch ein ganz cooles video werden für das wochenende da werde ich auch noch mal bei pusherz reden dementsprechend lassen wir das an der stelle massimo bin ich eigentlich sehr mit zufrieden mutter hut werde ich nicht abgeben auch wenn ich das geld bitter nötig hätte der der kollege bleibt bei mir ich ziehe den durch ich finde den genial ich denke der wird einen wahnsinnig geilen punkte durchschnitt dieses jahr liefern von daher der wird nicht weggehen den werde ich behalten säufert ist halt ich bin halt alternativlos freunde genau wie bei hichan wang bin ich einfach komplett alternativlos also ich habe keine möglichkeit mir da einen ersatz zu holen deswegen paulinho säufert hichan wang die werden erst bei meinem team bleiben paulinho bin ich schon von überzeugt dass er chancen bekommen kann zione hat auch sehr positiv über ihn geredet trotzdem ist es halt ein gamble den man ja nicht unbedingt eingehen muss ne dreieinhalb millionen da kriegt man jetzt nicht wirklich was wahnsinnig geiles für vielleicht kriegt am wochenende mehr minuten steigt noch ein bisschen dass ich mit spieler von für ihn für knappe fünf millionen holen kann da bin ich auch wie gesagt noch etwas unentschlossen ich denke einfach nicht dass er innerhalb der nächsten fünf sechs spieltage in die startelf kommt wenn es passiert geil dann hätte ich dann mega stil aber aktuell glaube ich irgendwie nicht mehr dran von daher werde ich wahrscheinlich auch gucken dass ich ein paulinho loswerde und ja daniel mahlen ist so ein bisschen thema des videos deswegen spreche ich den jetzt noch nicht an da gehen wir gleich darauf ein bei der die frage die ihr schon im titel gesehen habt robert lewandowski natürlich mein absoluter schnucki bär da gibt es keinen weg dran vorbei und hie chan wang da habe ich ja direkt gesagt den habe ich nur als gamble dass wenn er reinkommt vielleicht mal irgendwie einen fuß dran bekommt und eine kiste macht was auch immer für 3,3 millionen wenn er jedes spiel seine 20 bis 30 punkte macht ist das okay für den anfang sorry für meine stimme heute morgen ich bin gerade erst wach geworden aber ich muss das video heute morgen vor produzieren dementsprechend noch nicht ganz so wach hier die stimme ja insgesamt also eine riesige baustelle soll die tuta baustelle gott die tuta baustelle die habe ich jetzt mit jago gelöst bekommen wie gesagt auch hier noch mal danke an matze pusherz wird schwierig säufert können sie dieses wochenende auch auf der bank sitzt ni chan wang wird nicht spielen paulinho wird nicht spielen und dann sieht es einfach gar nicht mal so geil aus also dieses wochenende ist definitiv noch mal ein wochenende wo ich einfach noch mal den sauren apfel beißen muss auf eine geile levi auf eine geile levi performance gegen köln pochen muss jetzt gestern im super cup noch mal getroffen vielleicht kann er gegen köln mal zwei drei kisten machen das wäre für mich auf jeden fall sehr sehr wichtig auch für die erfolge und so weiter ich brauche ich mal ein bisschen geld in der kasse ich gebe wirklich mein beste mit 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 mikrotrading und so weiter aber da fehlt noch einiges also insgesamt nicht wirklich zufrieden ich wollte ich einfach noch mal so einen kleinen einblick geben wie zufrieden ich mit meinem team bin nämlich nicht wirklich sehr viel wie kommt zum thema des videos es war kein top comment deswegen auch hier noch mal fleißig kommentieren freunde wie gesagt ich nehme immer eine frage aus dem kommentar bereich der manage to glory episoden und greife die in der nächsten mtg episode noch mal auf laber ein bisschen drüber gibt euch einen kleinen einblick und so weiter ich habe jetzt keine adäquate frage gefunden in den letzten zwei episoden von daher habe ich mir was selber überlegt und zwar das thema wann sollte man einen spieler verkaufen das ist natürlich erstmal sehr breit gefächert das könnte man aufs trading beziehen das kann man auf verletzungen beziehen oder was auch immer ich werde es heute in versuchen allen dimensionen abzudecken das bedeutet thema trading ist eigentlich recht simpel und recht kurz erklärt dann wenn der spieler nicht mehr steigt klingt banal ist klar hättet ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht gewusst aber muss man auch gesagt haben also ich will den spieler immer bis zum freitag halten wenn er steigt oder wenn er fällt dann holt euch früh genug ein angebot rein haltet ihn trotzdem bis zum freitag gebt spieler wirklich nur dann ab wenn ihr sie verkaufen müsst als beispiel hierfür was mir letztes jahr auch passiert ist ich bin halt so ich will immer direkt alles verkaufen dass ich aus dem minus bin dass ich safe bin wartet mal ab es kommt noch super häufig so freitag mittag noch so last second kommt noch eine meldung rein jo der und der fällt fürs wochenende aus und wenn du dann vielleicht einen coolen ersatz schon verkauft das weil du unbedingt direkt freitag morgen aus dem minus rausgehen wolltest dann ist es einfach super ärgerlich also verkauft spieler wirklich erst dann wenn sie verkaufen müsst bei mir ist zum beispiel ich hatte die intention push ads zu verkaufen habe mir jetzt einfach gestern ein angebot reingeholt jetzt kann ich bis donnerstag warten sollte er in der conference league am donnerstag in der startelf stehen werde ich ihn verkaufen weil er würde am wochenende nicht spielen sollte er nicht in der startelf stehen kann ich ihn behalten und so habe ich mir ein angebot reingeholt wenn ich quasi ihn einfach nicht auf den transfermarkt gestellt hätte und am donnerstag verkauft hätte ich noch mal 300k weniger bekommen also spieler immer so lange wie möglich halten und dann insgesamt letzten endes dann auch verkaufen genau dass das war das thema trading thema verletzungen reise ich nur ganz kurz an ich würde verletzte spiele eigentlich immer direkt verkaufen vor allem wenn die verletzung unwissend ist also wenn man nicht genau weiß wann der spieler zurückkommt und wenn man quasi klare ausfallzeiten von mehr als drei spieltagen hat das ist so immer meine goldene regeln die ich mich versuche zu halten natürlich sprechen wir nicht hier von einem robert lewandowski aber von spielern die ersetzbar sind da würde ich immer schon relativ zügig verkaufen es gibt genügend ersatzspieler auch in 18 mann liegen wenn in 18 mann liga spielt auch da gibt es ersatzspieler guckt dass ihr nicht zu lange an verletzten spielern hängt und versucht die lieber schneller zu verkaufen als ihr denkt hat sich gereimt hier so und jetzt zu den zwei prägnantesten punkten wir haben einmal spieler die quasi so eine art lückenfüller position eingehen wie zum beispiel jetzt in dem fall skelly und starney sind das sind jetzt so die zwei die mir ins auge gefallen sind und spieler die aktuell nicht perform wie zum beispiel jobos lai und donjel malen wir fangen an mit den lückenfüllern in anführungszeichen also spieler die davon profitieren dass andere spieler verletzt sind und dadurch hat einfach die lücke aktuell füllen generell wenn auch hier muss man natürlich wieder ein bisschen ein abwägen wenn abzusehen ist dass der spieler der ersetzt wird wie in dem fall zum beispiel ein keine ahnung sagen jetzt einfach mal lukas hernandes beim fc bayern wird ersetzt durch nian zu nur zum beispiel dann wüsste man ja eigentlich ganz genau nian zu wird nach der pause nicht mehr spielen hernandes wird spielen dann würde ich wirklich gucken dass sie die spielern im peak vom marktwert verkauft also auch wenn er vielleicht noch einen spieltag spielen würde würde ich ihn am peak vom marktwert verkaufen bei spielern aber wo es eben nicht absehbar ist wie zum beispiel in skelly und starney sind die echt tatsächlich reelle chancen haben noch viel längerfristig in der stadion zu stehen die würde ich wirklich bis zum letzten moment mit ziehen also wenn ihr gerade skelly oder starney sitch besitzer seid ich kann mir bei beiden ehrlich wirklich gut vorstellen dass ein starney sitch die power position einnimmt ich habe weiß natürlich power von nagelsmann gelobt und nagelsmann doch klar gesagt dass er mit power plant aber es ist alles möglich freuen es kann sein dass dann ist dann sind jetzt noch zwei geile spiele macht und nagelsmann sich dann nicht egal der ist jung der ist versatil der bringt mir in manchen dimensionen mehr als ein berger mal power warum nicht warum nicht und man weiß auch nicht wie ein paar war wieder reinkommt also solche spieler würde ich jetzt nicht versuchen irgendwie teuer in die konkurrenz zu verkaufen sondern den würde ich wirklich bis zum bitteren ende halten bis power in der startelf steht würde ich in starney sitch halten genau dasselbe beim skelly überragende spiele gemacht bisher und ich kann mir auch hier gut vorstellen dass er aktuell die nase von ben sebaini hat das heißt auch den würde ich wirklich bis zum letzten moment halten und erst wenn ich ganz klipp und klar sehe ben sebaini ist zurück in der startelf und skelly sitzt wirklich auf der bank dann würde ich sagen okay das war's ich gebe ihn ab aber solche spieler würde ich wirklich versuchen bis zum ende zu halten also spieler die wirklich ein riesiges marktwert potenzial haben als beispiel warum er das machen sollte alfonso davis vor zwei jahren also seine ersten einsätze auf links verteidiger bekommen hat hat keiner daran geglaubt dass er die ganze saison spielt jeder dachte okay wenn er nann das zurück ist wenn alaba wieder nach links geht davis wird auf jeden fall eine lange spielen und freunde dessen die saison von 500k auf 45 millionen gestiegen ein kollege von mir hat es genauso gemacht der hat dann kurz vor quasi der der rückkehr von ernandes war es damals glaube ich davis verkaufe weil er sich gedacht hat nö der wird wohl nicht spielen und herr guckt euch an freunde ich habe ihn zwei monate später glaube ich für 30 millionen gekauft also bei solchen spielern wo halt ein riesiger riesiges marktwert potenzial da ist gerade in starnisic die würde ich wirklich bis zum bitteren ende durchziehen und letztes thema die spieler die aktuell nicht performen wie in chobos lai oder malen das muss man wirklich komplett situativ abwägen also ich kann jetzt für chobos lai da sind bei mir die aussichten dass er start spielen wird zu hoch dass ich sagen würde versuche ihn abzugeben den würde ich zu 100 prozent behalten man weiß was der junge liefern kann ja man weiß nicht ganz genau wie er wirklich aus der verletzung insgesamt zurückkommt das weiß ich auch trotzdem glaube ich dass er insgesamt ja von der qualität irgendwann fest start auf bei rb spielen wird und von daher würde ich an dem save festhalten und genau dasselbe gilt auch eigentlich für den donjel malen natürlich ist es ärgerlich wenn er im supercup nicht spielt und mokoko den vorzug bekommt und rose so vage aussagen tätigt ich denke aber insgesamt dass das rose und der bvb schon mit donjel malen planen wir müssen halt jetzt noch ein paar spiele wahrscheinlich den sauren apfel beißen bis er dann mal die ersten startelf einsätze bekommt und es kann alles so schnell gehen freuen es kann sein dass jetzt am samstag eingewechselt wird zwei buden nach der einwechseln macht und plötzlich in zwei wochen in der startelf steht es kann aber genauso gut sein dass jetzt noch drei vier spieltage wirklich non existent auf dem platz ist und dann vielleicht erst in fünf sechs sieben acht spieltagen seine startelf einsätze bekommt und da ist natürlich auch die frage des ersatzes ich persönlich habe jetzt keinen wirklichen ersatz für 30 millionen unserer liga von daher plane ich auch nicht den abzugeben wenn ihr einen guten ersatz habt kann man natürlich die die situation auf jeden fall abwägen und sich denken okay keine ahnung wenn ich an alphonso davis oder so dafür bekommen würde ich wahrscheinlich auch normalen abgeben aber insgesamt würde ich persönlich an spielern von denen ich überzeugt bin immer festhalten jetzt auch nicht ewigkeiten also wenn mal noch vier fünf spieltage weiterhin nicht in der startelf steht dann würde ich mir auch konkrete gedanken machen den abzugeben aber jetzt am anfang erstmal locker bleiben freunde wir haben noch genug zeit die saison ist lang solche spieler lohnen sich immer perspektivisch das ist doch ein wunderbares schlusswort der sechsten episode der mtg schon genau morgen kommt die bundesliga preview online dann wie gesagt am freitag dieses kleine vorbereitungs video für den spieltag ich hoffe ihr freut euch auf die restliche woche ich wünsche euch eine entspannte restliche woche wir sehen uns dann morgen in der bundesliga preview haut rein bis dann und ciao ciao